Die Corona-Regeln werden gelockert. Zum Teil schon in den nächsten Tagen. Das haben Bund und Länder beschlossen. Bisher durften sich privat höchstens 10 Leute treffen. Das fällt erstmal für Geimpfte und Genesene weg. Ab dem 20. März auch für alle anderen. Beim Shoppen kann wieder jeder und jede in die Geschäfte. Masken tragen bleibt aber Pflicht. Ab dem 4. März dürfen Geimpfte und Genesene wieder in Clubs. Es gilt 2G+. Also man braucht einen tagesaktuellen Test oder muss geboostert sein. Cafés, Restaurants und Hotels sind dann wieder für alle offen mit 3G. Ungeimpfte brauchen also einen negativen Corona-Test. Je nach Bundesland können diese Regeln abweichen und auch jetzt schon gelockert sein.